Du mieser Hurensau! Okay, Bombe liegt da, Bombe liegt da am Boden. Oh Gott, da ist er! Warte... Nice! Oh Peter, warte! Warte! Peter und Jay hat auch gute Stats. 2.5 ist ja wirklich saugut. Aber du hast geile Sterne. Ich bin da eher so ein Ibis-Hotel. Aber wir waren noch besser als Peter, die alte Jugendherr Bär. Ich hab keinen einzigen Stern! Das ist mir nur unverständlich. So ein Hostel. Hast du auch? Oh! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Was war das denn für geiler Kill, Dalu, ey? Was haben wir denn heute für Gegner hier, ey? Ja, aber gut, wir spielen Mittags-Counters, zwei Quester. Das machen entweder Leute, die ihr Geld mit YouTube verdienen, oder sei total gescheiterte Person. Also es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Entweder verdienst du dein Geld mit YouTube, oder du bist eine total gescheiterte Person, wenn du um die YouTube sagst. Wir haben 12.53 Uhr alle Wochentag. Wer spielt da? Aber das ist, glaube ich, der geringste Teil. Urlaub und Studenten würde ich noch dazu sagen. Leute, mit Urlaub geben wir es nicht. Eine total gescheiterte Person. Einer ist unten im Beinkeller wieder. Da ist einer drin! Oh Gott, ey. Ist ja nicht wahr. Dann stehst du da und wartest und wartest, statt da reinzugehen, nach links zu gucken und entwicklen. Jetzt läufst du los. Links oben. Guck gar nicht nach links. Auf keinen Fall. Lass dich ein! Kann echt nicht wahr sein. Wir sind doch entspannt, wenn wir so einen Volley- ah my god ghost. Ah your god. Ah my god! Ah nooo! Und dann wird der Tücker nicht sein. Oh, wo kam der denn her? Scheiße! Hat ihn nur 600 Mal angesagt. Jetzt kommen sie mit ihrem Goddalf, weil sie beleidigen die ganze Zeit. War gut gespielt, Leute. Handshake noch, Das wär du denn? Sweet. GW Sheet Team. Can't be BrotherSiSt. Hum. HALF, Report Hackers, fick dich Alter, diese Person Keine Ahnung Vielleicht sind die alle irgendwie schizophren oder so Oh Gott Alter, verdammt Hast du das mit dem Good Time? Ist ja wirklich Ja die erste Runde war wieder Ey Sepp, kauf mal ne Ava Ey warte ne meine Ich hab mal der 60k hat Ich kann meine Ja danke Ich würd die auch Bram nicht geben Wie so ein Lutscher Vor so ein kleines Kind halten und dann wegschweißen 88 Da rechts Nice Jay Da war noch einer Den hab ich 88 gerutscht Der ist einfach brav Findet mich, ich verwirr die einfach Beim rumlaufen Nein Ich hab ihn Den einen der zu A gegangen ist Der ist nach links weggegangen Nein Christian Ja Hinter dir Der ist kaputt Das gibt's nicht, wo war der denn da Christian, jawohl Nein 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 Ich glaub das wird nix Ja Als ob Christian Nein Doch ich hör einen Jawohl, boah Tobi stürmt vor Erstmal ab Wo rennt der hin? Er plantet Und Tobi ist tot Eine schweigesekunde Eine schweigesekunde von Botobi Hab ich Bei vorbeigehen hat er mich gekillt Ja Alter was ein kill Ich hab ungefähr alle 20 Schuss aus dem Magazin auf den abgegeben Und der stand direkt vor mir Alter, boah Tobi mit seinen geilen Skills einfach nur Boah Tobi Junge Schieß doch, was macht der denn? Du kannst den übernehmen, wenn du tot bist Ja stimmt Oh lol, ich geh nass Nein, nur das versagt ich Ey, Peter, dann lass es doch nächstes Mal Wo sind die denn? Das ist ne geile Pose Sehe mich, wenn ich hier stehe? Weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob der nicht Oh fuck, die sehen mich Ich glaub dein Ding guckt raus Oh, nein Oh lol Das war Peter Ups Sorry Ich dachte, weil einer rechts um die Ecke war direkt Ich dachte, das wäre besser Alles cool? Lass dich mal runter, ich guck hinten bei denen im Spawn Okay Von hinten beim Spawn kommt einer Oh, das war dünn Scheiße Was macht der denn da? Tö Voll der harte Zug ist da gerade Oh, ich werd geflasht Los Ist klar Christian Ganz bestimmt Die sind da einfach reingelaufen Da hattest du nicht euer Ernst Christian, guck da rein 4 Kills, ne? Ich hab einfach geballert um die Waffe zu Ja, ist klar Alter, da waren die aber Haben die durchgeguckt Da ist noch einer Hier vorne Lass den da jetzt bitte Hat der nicht gekriegt Meine Waffe liegt da vorne Wie Wie unten Wie nice das war Hat der die ins Wasser gespielt Nee, nee, hat er nicht Boah, Christian Richtig geile Action, Alter Du Biese Hurensau Hä? Ich hab so nur einen der Schossen, Peter Guck mal, klar, ey Hol dich, hol ich Der Sniper ist gut, Peter Nee, nee, war nicht so gut Oh, Bitch Richtig gut Nice, Peter Richtig gut, dass du Geilutronisch Oh, Jay Wir gehen plänen Er schafft es noch nach oben zu kommen Bruder, der hat geplänen, du zieg dich jetzt Rechts, Mara Nee, Jay, mach den Haben wir Oh Ein Schuss, er riskiert's Man schlagt zu lang Man schlagt zu lang Ja Es wird doch schnell Kannst du nicht besser nur verlieren Weißt du was? Mein Gott, ist doch komplett irrelevant alles Jetzt verlieren wir Das verlieren wir wegen einer Runde Naja, absolut Unterm Fenster saßt der Der ist runter, glaube ich, gegangen Hol die Bommepäne und Gerhard schnell Vorsicht, der ist Weinkeller Geil, Mann Da, Lu Ich glaube, Peter ist gerade geopfert worden Ich glaube, das wohl auch Nein, Peter Kann man aber auch mit Gold-Nova 1 machen Naja, du bist kein Geld Ja, ich schick dir mal was Okay, also kann man nicht mit Peter machen Das finde ich nur Sauerei Dass man den Peter da einfach verarscht Obwohl der nur Gold-Nova 1 ist Das finde ich ja echt frech Nee, das finde ich einfach nicht okay 10 Punkte und 3 Okay, scheiß auf Weißt du, brauchst du nicht Du über Riddas, hab ich mich verklickt Hahahaha Über Riddas und ABP und kein Kemmler Hahahaha Ist doch nice Starts doch gut Das ist die Triple-Glas-Kanone Hey, deiner! Nein, der ist deiner! Nein, der ist deiner! Ich hab gar nicht keinen getroffen Ich hab keinen getroffen Weißt du, alles wie gerade morgen gewesen Die haben sich eigentlich abgewechselt über so einen Schießstand Ja, die sind alle mit dem Oh, cool Auch cool, absnacken Mach die einfach mit der Pistole, ey Was ist denn da los, Jungs? Flash of Knife, let's go Aber wir sind alle gewartet Weißt du, ich bin stolz Und plötzlich kommen die Heuschreckgal aus ihren Löchern gebrochen Weißt du? Und snacken ab Was sind die denn jetzt? Da fliegt der Schwaben rein Das ist jetzt alles Das haben wir irgendwo in der Binde, ey Hahahaha Dazu kommt der Sebzi jetzt entgegen Ja, wir können 94 kaufen Alles klar Oh, entschuldigen Sie bitte Ich wollte sie nicht anrempeln, ey Voll geil Hää HHHHHHH Das hab ich jetzt hart verwirrt, alles Hat man gar nicht gemerkt, James Hähä Oh Scheiße Für? Was ist das denn? Hahahaha Alles klar, dann nehm ich da nicht mehr den Bram, wenn das nicht möchtest Ist ja okay, dann kannst du ja auch sagen, dass ich da nicht hinnehmen soll. Nein, ich wollte das schnell, wir müssen das schwieriger machen, wir sind einfach zu pro für die. So, ja, schön Asimov, jawoll, weiter geht's. Was der Bram kann, das versuch ich auch. Aber ich kann dann, er hat das nicht so perfekt für dir. Was der Bram kann, das versuch ich auch. Oh nein, der hat die Gemüse, alter. Lass es du vielleicht. So, dann kann der Bram eindeutig mehr als du. Ja, ich bin down, aber schöner ist es, zwei Mitte. Konntest du nicht, der Sepp will dir die Kills klauen. Oder, nee, da, du. Lass den da bloß nicht zu. Also, damit der P94 ist, freu dich. Er schießt einfach irgendwo hin und gibt dem Edge. Alter, ich spieß wie mal am Waffe gerade. Jawoll, MVP, oder? Ach, Mensch, wieder MVP, der Bram war schon sieben Sterne, ey. Bombe down, also lass den Zeit. Hinten bei, hinten bei denen. Oh nein! Jay hat die beiden weggesnackt. Wir wollen noch ne Flash. Jawoll, ich bin ein neues Bram. Das ist der Tür, ich bin ein neues Bram. Wunder. Death is just the beginning. Hinten bei, hinten bei, hinten bei, hinten bei. Ja, 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 ja. Geh ich gut. Brrrr, 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 brrrr. Erst bei dir? Brrrr, 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 brrrr. Hab ich mich vertippt? Ha, 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 ha. Alter, der tote, der tote, der tote war reig. Der ist aus der holländischen Version. Ne, der ist aus der holländischen Version. Merde. Merde!